Das nächste Lied ist von einem Schweizer geschrieben und es heißt Zurück in der Hölle. Und das ist ein Lied über einen Mann, wo hat ein Herz gebrochen von einer schönen Frau und nimmt hier eine Waffe, schießt die Frau, schießt den neuen Mann, aber er schießt auch die Mutter von der Frau. Und das heißt in der Schweiz, das ist ein Familienlied und hat ein bisschen von etwas für alle. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020